Wo soll's hingehen? Bis zur Rennstation. Weiter geht's ja nicht. Ich kann mich nicht erinnern, wo ich hergekommen bin. Was soll ich mit dem Kerl? Der ist gebrochen. Das wächst sich aus. Wie alles im Leben. Und ich weiß auch nicht, wo ich hingehe. Wenn du mich schlagst, häng ich dich um. Du hinkst. Im Tal vielleicht. Am Berg bin ich der Einzige, der gerade geht. Aber dazwischen. Denk ich an das, was war. Und an das, was hätte sein können. Die Berge schauen aus wie die Porzellan. Ich sollte es nicht mehr aus. Manches hat sich erfüllt. Da wird einiges wachsen. Es wird was wachsen. Und es wird was Wunderbares sein. Andreas Egger, ich erkläre Sie hiermit für kriegstauglich. Vieles ist mir, kaum dass ich es hatte, aus den Händen gerissen worden. Malwege! Malwege! Und wenn ich nicht so müde wäre, dann könnte ich lachen vor reinem Glück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017